Hallo liebe Community, kennt ihr mich noch? Nach mehr als einem Monat Abwesenheit auf YouTube, Twitter, Instagram und TikTok bin ich endlich wieder da. Ende Februar habe ich mich in einem Community-Post auf unbestimmte Zeit von euch verabschiedet, doch ich bin froh, gesundheitlich wieder in der Lage zu sein, mein Leben in geregelten Bahnen weiterzuführen. Deshalb melde ich mich mit diesem Beitrag zurück und freue mich, euch von meinem neuen Leben erzählen zu können. Klären wir aber zuerst die Frage, warum ich überhaupt weg war. Nun, wie ich bereits in dem Community-Beitrag habe anklingen lassen, ging es mir in der letzten Zeit gesundheitlich überhaupt nicht gut. Die Warnzeichen habe ich leider viel zu lange ignoriert und die Probleme jahrelang von mir hergeschoben. Mein Job hat zu einem großen Teil dazu beigetragen und Anfang 2022 habe ich endlich den Mut gefunden, mich trotz einer sicheren Festanstellung mit Rupengehalt von meinem Dienstherrn zu verabschieden und etwas Neues zu wagen. Ein sicherer Job bringt einem nichts, wenn die körperliche oder auch die psychische Gesundheit darunter leiden. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, habe ich leider viel zu lange gebraucht und letztendlich auch die Quittung dafür bekommen. Umso mehr freut es mich, dass ich mit YouTube jetzt eines meiner Hobbys zum Beruf machen kann. Endlich frei sein, endlich eigene Projekte verfolgen können, endlich gebraucht werden und vor allem endlich wieder etwas zu tun. Ich sehe meine Selbstständigkeit, die übrigens heute startet, nicht nur als Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern vor allem auch als eine Chance, an mir selbst zu wachsen und mich besser zu organisieren. Wie geht es jetzt also weiter? Vor meiner Social-Media-Pause habe ich bereits erwähnt, dass ich an verschiedenen Projekten arbeite. Diese möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Zudem erfährst du, welche Änderungen dich in der Upload-Frequenz erwarten, denn zu einem strukturierten Leben gehört auch ein strukturierter Upload-Plan. Beginnen wir doch gleich mit diesem Punkt. Neue Videos erscheinen ab sofort dreimal wöchentlich, nämlich sonntags um 12 Uhr, mittwochs um 17 Uhr und freitags um 16.30 Uhr. Zwischendrin kann es zu sporadischen Uploads kommen, beispielsweise wenn etwas Wichtiges in der IT-Welt passiert ist oder ich Zeit für ein zusätzliches Video hatte, das nicht warten kann. Den Upload-Plan findest du auch in meiner Kanalbeschreibung. Wenn sich Änderungen ergeben sollten, dokumentiere ich sie dort und weise im Community-Tab darauf hin. Ich möchte in den nächsten Wochen übrigens ein Q&A-Video veröffentlichen, das euch noch einmal die Chance gibt, mich als Person besser kennenzulernen. Schreibt mir dafür eure Fragen entweder direkt in die Kommentare unter diesem Video hier oder schickt sie mir über Twitter, Instagram oder per E-Mail an diese Adresse hier. Ich versuche alle Fragen zu beantworten, die mir eingesendet werden, sofern es keine offensichtlichen Troll- oder Suggestivfragen sind. Zu politischen Themen werde ich mich nur dann äußern, wenn sie in meinen Kompetenzbereich fallen. Dazu zählen beispielsweise digitalpolitische Fragen wie, was hältst du von Vorratsdatenspeicherung? Zu anderen Themen, in denen ich nur eine Meinung ohne tiefergreifendes Fachwissen zu präsentieren hätte, werde ich keinen Kommentar abgeben. Kommen wir nun zu dem ersten Projekt, das ich euch vorstellen möchte. Ich werde nämlich Autor. Okay, eigentlich habe ich in der Vergangenheit bereits ein Buch veröffentlicht und kann mich quasi Autor nennen, doch ich möchte mich diesmal an einem Werk zur Programmierung versuchen und nicht parallel meine Abschlussarbeit schreiben, wie es bei meinem Erstlingswerk der Fall war. Wie kam es zu diesem Buchprojekt? Nun, ein Verlag hatte mich Ende letzten Jahres angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch bei Ihnen zu veröffentlichen. Da es sich um ein Buch zur Python-Programmierung gehandelt hat, war ich natürlich sofort dabei. Wir entwickelten gemeinsam ein Konzept und jetzt befinde ich mich aktuell im Schreibprozess. Das Buch soll um die 300 Seiten lang sein und sich vor allem an Python-Einsteiger richten. Aber auch erfahrene Programmierer können hierin ihre Freude finden, da ein wichtiger Bestandteil des Buchs die Projektwerkstatt sein wird, in der ich euch teilweise Projekte zeige, die ich auf YouTube aus bekannten Gründen vermutlich nicht veröffentlichen dürfte. Den gesamten Code zum Buch kannst du dir dann natürlich auch herunterladen und direkt umschreiben bzw. erweitern. Zudem werden zahlreiche meiner Videos eingebunden, die eine Abwechslung zum reinen textbasierten Lernen sein sollen. Zu den Übungsaufgaben gibt es selbstverständlich ausführlich erklärte Lösungen in Text- und Videoform. Ich halte euch auf dem Laufenden. Immer wieder wurde ich danach gefragt. Immer wieder habe ich es angekündigt und dann aus Zeitgründen absagen müssen. Jetzt ist es endlich soweit. Habemus, Servum, Discordium. Okay, mein Lateinunterricht ist schon etwas länger her. Wir haben einen Discord-Server. Den Einladungslink findest du unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass uns das als Community weiter zusammenschweißt und wir uns gegenseitig bei unseren Problemen helfen können. Und ja, eine kleine Anime-Ecke gibt es auch. Ich weiß doch, wie überproportional populär dieses Genre bei uns ITlern ist. Ich teste auf dem Server übrigens diverse Bots, die euch bei Informatikfragen automatisiert weiterhelfen sollen. In meinem Video zu Discord-Bots wirst du mehr dazu erfahren. Zu den bereits angekündigten Kursen. Da ich den gesamten März über ausgefallen bin, verschieben sich die Termine leider. Doch das Vorhaben an sich ist natürlich nicht vom Tisch. Aktuell produziere ich Videokurse für Unternehmen mit Quizzen, PDF-Skripten und so weiter. Bei einem Kooperationspartner bekomme ich sogar eine bestimmte Anzahl kostenfreier Zugänge, die ich selbstverständlich gern unter meinen Zuschauern verlose. So müsst ihr nichts zahlen und profitiert trotzdem von meinem Wissen. Thematisch bewegen sich die Inhalte vor allem im Bereich IT-Security und zwar der richtig spaßige Teil, sowie künstliche Intelligenz und Python-Programmierung. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, teile ich sie euch unverzüglich mit. Wenn ihr eine gute Idee oder einen Wunsch für einen bestimmten Kurs habt, dann kontaktiert mich einfach. Kommen wir als nächstes zu meiner neuen Webseite. Nun, eigentlich gibt es dazu nicht allzu viel zu sagen. Dort findest du Blog-Beiträge, Quellcode zu einigen meiner Videos, ein paar Informationen über mich und das, was ich neben YouTube sonst noch anbiete. Damit hätten wir das bereits abgehakt. Natürlich freue ich mich auch über Feedback bzw. Verbesserungsvorschläge. Da ich nicht ausschließlich von YouTube-Einnahmen leben kann, habe ich Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Wie du bereits aus meinem VPN-Kritik-Video weißt, bin ich da sehr wählerisch und nehme nichts an, nur weil es Geld bringt. Deshalb habe ich für YouTube-Kooperationen einen eigenen Bereich auf meiner Webseite eingerichtet und sogar einen Leitfaden für VPN-Sponsorings geschrieben. Ein VPN-Sponsoring kommt für mich nur unter den folgenden Rahmenbedingungen in Frage. Die No-Log-Policy ist nicht nur ein Werbeversprechen, sondern gelebte Realität. Ich erhalte Einsichten in den Quellcode, der auf den Clients und Servern läuft. Ihr VPN-Dienst enthält keine Tracker. Ich darf zu 100% meine Meinung zu Ihrem VPN-Dienst äußern. Meine Meinung ist nicht käuflich. Die Werbeversprechen auf Ihrer Webseite müssen zutreffen und Sinn ergeben. Aussagen wie, wir garantieren Ihnen ein Internet ohne Hacker, Tracking und Zensur, sind ein K.O.-Kriterium für eine Zusammenarbeit. Nur unter diesen und keinen anderen Umständen kommt ein VPN-Sponsoring für mich in Frage. Das habe ich jetzt hier noch einmal als Videobeweis festgehalten, auf den ihr mich im Notfall festnageln könnt. Und nein, unter meinen aktuellen Sponsoren befindet sich kein VPN-Anbieter. Ich arbeite mit Unternehmen zusammen, hinter deren Dienstleistungen und Philosophie ich zu 100% stehen kann. Das wirst du aber noch sehen, wenn es soweit ist. Für April sind aktuell vier gesponsorte Videos geplant, doch bei keinem wird dir irgendein Produkt angeboten, das du kaufen musst. Nein, vielmehr sehe ich einen Benefit für deine berufliche Zukunft, für die du nichts bezahlen musst. Auch Livestreams wird es ab sofort geben. Geplant ist erstmal ein Livestream pro Monat, in dem wir gemeinsam programmieren, Spiele zocken, CDFs lösen und uns einfach unterhalten können. Ich habe mal einen zeitlichen Umfang von etwa zwei bis drei Stunden ins Auge gefasst. Den Termin für diesen Monat teile ich euch zeitnah mit. Hier bin ich aber auch auf eure Vorschläge und Wünsche gespannt. Was würdet ihr gerne in einem Livestream von mir sehen? Welche Themen interessieren euch? An welchen Tagen hättet ihr überhaupt Zeit für einen Livestream? Twitch oder YouTube? Zum Abschluss dieses Videos möchte ich mich noch einmal bei all meinen regelmäßigen Zuschauern bedanken. Danke, dass ihr mich auf meinem bisherigen Weg begleitet habt und immer so fleißig in den Kommentaren unterwegs seid. Es macht mir wirklich unglaublich viel Spaß, mich mit meiner Community auszutauschen und deshalb ist auch der Schritt mit dem Discord-Server nicht nur logisch, sondern längst überfällig. Ich hoffe, dass ihr weiterhin viel Spaß mit meinen jetzt noch häufiger erscheinenden Videos haben werdet. Vergesst bitte nicht, mir Fragen für das Q&A-Video zu schicken. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!